Das wird ganz so langweilig. Das Ding aus dem Bach, da ist es, ist schon wieder da. Was soll das Ganze? Was soll diese Geschichte? Wie soll das nur enden mit dem Ding aus dem Bach? Ich habe das Ding aus dem Bach in die Mülltonne geschmissen. Ich hoffe jetzt ein für einmal. Oh nein. Ich habe mich als Ghostface-Killer verkleidet und jetzt nehme ich das Ding aus dem Bach auseinander. Wie geht das? Wie funktioniert das? Ich bin unfähig. Ich kann das nicht. Das Ding aus dem Bach ist einfach schwer.